Kann ich da drauf landen? Ja, kann ich! Okay, dafür gibt es gleich noch einen, wenn das... Oh shit! Oh fuck! Hallo Leute und willkommen zum dritten Teil von Muddy Heights 2, heute mit der dritten äh Area, die wir freigeschalten haben in der letzten Folge, im Pool Level und diesmal geht es wohl auf den Vergnügungspark Zumindest sieht es sehr danach aus Interessant Aha Mal gucken, da ist gleich ein Toilettenpapier Wo ist noch eins? Erstmal umgucken Ist vielleicht ganz klug, okay, da sind Achterbahnen da sind Vögel, vielleicht muss ich beides erwischen Ah, da ist noch einer So, wo ist die dritte? Da Da, da ist die dritte Da laufen wir gelangt und da ist ein Kind Mal gucken Auf jeden Fall wissen wir, wo ich die singe Wir haben Revenge, Whirling Poop, Going Up Okay, das wird wahrscheinlich dieses Ding sein Ähm Dirty Chirp Poop, Mageddon Derail the Coaster, okay, da haben wir eindeutig Ähm, dass wir die Achterbahn erwischen sollen Vielleicht soll ich da Warte mal, kann ich da drauf landen? Ja, kann ich Okay, dafür gibt es gleich noch einen, wenn das Oh, shit Oh, fuck Yo Ey, warte, kommen wir da Rüber? Na, da kommen wir nicht, schade Sowas können wir hier machen Dirty Job Achso, im Fall der dreckig ist während seines Jobs Oh Mann Warte, da kommen wir jetzt nicht mehr, ne? Und Poon hat's Okay Das ging so eine erfolgreiche Runde Gleich mal vier Sachen Und eins mit Ähm, na Ne, wisst schon Ich mach mal Faster Speed hier Weil das ist eine sehr große Map, tatsächlich So, jetzt Gehen wir die nochmal Wow Yo Wir sind einfach weggefetzt Oh, warte Nein Ach, geh weg hier, Kind Vielleicht muss ich das erwischen Vielleicht ist es ein Warte, bleib stehen Okay, nochmal eins Vielleicht habe ich natürlich noch das Kind Nein Verdammt Das ist bestimmt ein Erfolg Vielleicht ist es ein Whirling Poop Keine Ahnung Ähm, okay Ich verschieße jetzt mal so eine So ein Vogel schon ab Oh Ich Richtig krank So Jetzt hat Mann Wenn sich etwas bewegt Das ist echt verdammt schwer Okay Tatsächlich Whirling Poop Gut geschätzt The Ice Cream Mal sehen Kann ich da irgendwas machen Ne Da irgendwas Ja Ghost League Und das nächste Mal Gehen wir da hoch Würde ich mal sagen Das ging jetzt sehr schnell alles Going Up Ducking Fame Revenge Das wird ganz schön hart Aber das kriegen wir hin Aber ich denke eher mit einem zweiten Ansatz Weil wir haben gerade mal 800 Punkte Und wirklich nur Das macht so Spaß Gibt euch das Oh man So Achja, da ist ja auch oben noch ein Ding Ne Noch ein Na Wie heißt es? Oh, ist die Kamera hier eklig Hier ist doch irgendwo ein Toilettenpapier Nein Komm, komm, komm Schreib mal Schreib mal Schreib mal Nein Verdammt Für noch eine Runde ist leider keine Zeit Das ist ein Schießstand Duck Rear Duck Rear Moment Der Name Passt doch zu einem unserer Erfolge Wo waren das jetzt? Ich glaube hier, ne? So Oh Kann ich euch mal so Ja Hä Einfach nur Was hab ich gemacht? Was hab ich denn gemacht? War das irgendwas mit den Knarren hier? Ich hab die alle umgeschmissen Das war der Erfolg? Wirklich? Also Im Ernst? Okay So, damit haben wir einen Großteil eigentlich schon geschafft 2450 Punkte Okay Jetzt kommen die großen Missionen nach größtenteils, ne? Was fehlt denn noch? Revenge Aber an wen soll ich Rache machen? Äh, ich hole mir jetzt erstmal Double Jump oder High Jump? Ich glaube Double Jump ist lukrativer Und danach Jetzt versuche ich erstmal den hier da drüben zu kriegen Die haben wir ja nicht voll vergessen Wo wir vergießen haben wir die? Kann ich da die Achterbahn dazu nutzen? Ich glaube schon Oh, jetzt habe ich nicht so viel Zeit Fällt mir gerade auf Komm, 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 komm Ja The Golem So Und als nächstes müssen wir wieder hoch Hoch hinaus So, ich muss vielleicht jetzt halt Nein, 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 nein Och, Mann Ich muss in den hinteren sitzen, nicht in den vorderen, weil das dreht sich ja Wie man sieht Das heißt, der kommt gar nicht so an, wie ich das möchte Oder vielleicht vorne Nein, 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 bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf Ja, nein, nein, ja Habe ich geschafft Habe ich geschafft Nice Nice Okay Ich habe noch eine Sache vor Wo ich denke, das könnte klappen Weil es lockt mich förmlich danach Jetzt habe ich es nicht erwischt Mann, habe ich gut gemacht Ich wollte einen Vogel erwischen Quasi einen Vogel abschießen Ich dachte nämlich erst, das ist irgendwas mit Duck Aber Vielleicht ist das auch was anderes Vielleicht ein Super Secret Erfolg, den man gar nicht kennt Genau So, ein letztes Mal Komm, komm, komm Ja Ist doch Rache Ah Wegen dem Adler aus dem ersten Teil Weil den haben wir ja auch abgeschossen Aber das wäre doch eigentlich keine Rache dann Das wäre ja sowas wie Ne, weil er hat uns ja nichts angetan Wir haben ihn einfach nur nochmal getroffen Okay, jetzt fehlt uns nur noch das hier Und dafür brauchen wir Geschwindigkeit Denn ich will wie beim Bei der Folge davor Den Eingang blockieren Es gibt aber zwei Das heißt, wir müssen schnell sein Und am besten auch viel Dreck machen Ja Also erstmal längere Zeit Klar Da hier, first to speed So Damit sollten wir auch auf jeden Fall Warte, jetzt Schnappen wir erstmal wieder den hier So Okay, damit kriegen wir jetzt halt ordentlich Punkte auch Also ich glaube, das sollte jetzt kein Problem mehr sein, da das zu schaffen Vor allem haben wir nochmal welche erwischt Echt gemeiner, perfider Typ So, was können wir denn noch machen? Big Splatter, 3 more lives Machen wir eben mehr Leben, weil dann schaffen wir das 60.000 oder Äh? Ach, ich habe gar nicht das geschafft mit den 20.000 Kombos Was sehe ich jetzt? Hupsala Nein, der Vogel hat mich aufgehalten Ach, das ist ja doof So Nein, ach man Es kann doch nicht sein, dass das so schwer ist Also dieses mit 60.000, denke ich, kriege ich hin, aber Ich muss hier besser blockieren Ich muss hier besser den Weg blockieren Eindeutig Go Poop Okay Kann man das einstellen, dass es länger hält? Also meine Splatter Ich finde das jedes Mal so gruselig, ne? Wenn ich die erwische So, schauen wir es diesmal Schaut gut aus Schaut gut aus Ja! Gut Sehr gut Weil das heißt, wir haben ein neues Upgrade Fähig Und damit können wir die 60.000 locker schaffen Higher Jump Explode with F Longer Combo Time Das könnte uns wesentlich besser Vonnöten sein Vor allem, wo uns fehlt nur noch 15.000 Dann kriegen wir das doch hin Ich habe Maiskörner drin Geil Und wieder Massensterben Fliegen wir Habe ich jetzt jemanden damit erwischt? Erwischt? Das müsste ein Erfolg sein Dieses Dass ich jemanden damit erwische Oh, das Ich habe mich jetzt eigentlich voll Schlecht angestellt Werde mir gerade auf Aber ich denke ich kriege trotzdem einige K.O.s hin Ja, ja, guckt Guckt doch an 17.000 und Geschafft! Hier holen wir noch ein paar Und wir haben noch zwei Leben Und können noch eine Sache machen Ähm Pickersplatter Das wäre eigentlich ganz cool Komm Mehr Leben brauchen wir jetzt nicht Weil wir haben es ja im Endeffekt durch Und Dass man da besonders viele Punkte hat Das bringt einem nicht viel Nein, ich habe das schon wieder gemacht Die Geräusche Fragt mich wer die eingespielt hat Diese Geräusche Der muss ja so einen Spaß gehabt haben Ob die echt waren Oder ob die Ähm, ja Gefakt waren mit irgendwas Irgendwie so einem Schleim oder so Kennt man ja diesen Pupschleims Schreibt's in die Kommentare Boah, 24er Kombo Wow Okay Das hat richtig reingehauen Und einmal Die grande Jetzt versuche ich nochmal Eine Sache möchte ich austesten Ob ich die hinkriege Nein, ich bin jetzt zu weit weg davon, ne Ich wollte jetzt eigentlich auf die Achterbahn Und Die zum Kollabieren bringen Aber Was soll's Dann würde ich mal sagen Aber ich guck erstmal Was passiert, wenn wir jetzt hier 100% haben Das habe ich nun nie gesehen Kommt her Das ist schon wieder die Fliege Böse Fliege Wow, meine Kamera hält lange durch Ich bin beeindruckt So So 12 Minuten Beeindruckend Okay Damit haben wir das Spiel durch Mit 109 Punkten auch Krass Kriegen wir irgendwas dafür? Nein Es gibt doch nichts besonderes mehr Oder? Okay Okay Dann gucken wir uns die Credits an Und dann Genau jetzt ist die Kamera aus Hallo Zurück Kamera So Und damit würde ich auch schon sagen War's das für diesen Part Wünsche euch noch einen schönen Tag Das ist immer noch ein Teil bei der Vorproduktion Deswegen nicht wundern Und Ja Ich würde sagen Bis bald Leute Und tschuuuuuuuuuuuus Und lasst ein Like da Und kommentiert Und abonniert Und faffusiert Und teilt dieses Video Und macht alles Was man so macht Bah Also bis bald Leute Tschüss